In den letzten 15 Jahren wurde eine Reihe von Filmen produziert, die sich mit transzendentalen Themen beschäftigt haben. Filme wie Matrix, Die Truman Show oder The 13th Floor, also Filme, wo die Hauptfigur plötzlich merkt, dass sie in einem virtuellen Realitätssimulator lebt. Welche Bedeutung schreiben sie solchen fiktionalen Filmen zu, um der Bevölkerung neue Konzepte zu vermitteln und welche Rolle könnten solche ursprünglich als Fantasie angesehene Konzepte in Zukunft in der realen Welt spielen? Ich finde es wunderbar, dass es Filme wie Matrix oder The 13th Floor gibt und dass Millionen von Menschen sie gesehen haben. Diese Filme helfen Menschen dabei, offener für solche Ideen zu werden, auch wenn sie natürlich wissen, dass das nur eine erfundene Geschichte ist. Trotzdem wird dadurch den Zuschauern ein transzendentales Konzept in ihrem Verstand platziert. Wie kommt es, dass wir gerade jetzt solche Filme sehen? Zum Teil liegt das daran, dass wir im Moment an einem Punkt angekommen sind, wo wir selbst virtuelle Realitäten erschaffen. In Wirklichkeit leben wir selbst in einer virtuellen Realität. Genau darum geht es im Film Matrix. Da gibt es die virtuelle Realität, in der alle leben, und dann gibt es dann auch die wirkliche Welt. Im Film war das, glaube ich, Zion. Ursprünglich hat alles damit angefangen, dass wir virtuelle Realitäten als Computerspiel programmiert haben, und dann Menschen begonnen haben, Simulatoren für virtuelle Realitäten zu benutzen, nicht nur zum Spaß, sondern zum Training. Als Pilot lernt man in einem Simulator, wie man mit Extremsituationen umgehen muss. Man begibt sich in einen Flugsimulator, und dann ist man auf einer Höhe von 10.000 Fuß, und die Triebwerke fallen aus, und jetzt muss man irgendwie darauf reagieren. So wie das möchte niemand direkt in unserer Realität mit einem 10 Millionen Dollar teuren Flugzeug und echten Menschen ausprobieren, weil das ziemlich gefährlich ist. Dabei könnte jemand zu Schaden kommen. Deshalb macht man das alles in Simulatoren. Wir haben im Laufe der letzten 30 Jahre immer komplexere digitale Realitätssimulatoren geschaffen, die fast schon eine eigene kleine Welt, also ein eigenes kleines Universum bilden. Das hat zum Konzept einer virtuellen Realität geführt. Dann kommen Filme in die Kinos, die dieses Konzept einer virtuellen Realität aufgreifen. Matrix war dabei einer der ersten. Ich habe erst vor kurzem den Film The Thirteenth Floor zum ersten Mal gesehen. In dem Film geht es darum, dass die Hauptfiguren im Film einen virtuellen Realitätssimulator entwickeln und dann herausfinden, dass sie selbst in einem virtuellen Realitätssimulator leben. Diese Idee hat mir sehr gut gefallen, denn im Grunde funktioniert unsere eigene Realität genauso. Ich denke, das Entstehen solcher Filme ist eine gute Sache und ich denke, ihr Entstehen ist darauf zurückzuführen, dass unsere Kultur selbst virtuelle Realitäten entwickelt hat. Wenn sich einerseits das Konzept virtuelle Realitäten verbreitet und andererseits sich die Menschen spirituell weiterentwickeln, dann werden gedankliche Verbindungen hergestellt. Das führt dazu, dass das virtuelle Realitätskonzept realer wird. Es wird wahrscheinlicher. Wenn Menschen, die solche Filme gesehen haben und entsprechende Computerspiele gespielt haben, mit wissenschaftlichen Forschungsergebnissen konfrontiert werden, die besagen, dass es in der Physik ein sinnvoller wissenschaftlicher Ansatz ist, unsere Realität selbst als virtuelle Realität zu betrachten, dann macht das alles auf einmal Sinn. Einer meiner Anhaltspunkte dafür, dass es mehr Sinn macht, ist die Reaktion auf meine Vorträge, in denen ich Menschen erkläre, wieso unsere Realität selbst eine virtuelle Realität ist. Ältere Menschen tun sich dabei extrem schwer mit diesem Konzept einer virtuellen Realität. Jüngere Menschen hingegen tun sich da viel leichter. Ich bin selbst 66 Jahre alt, also wenn ich von jüngeren Menschen rede, meine ich Menschen bis 50. Jüngere Menschen, die damit aufgewachsen sind, entsprechende Computerspiele zu spielen, verstehen das Konzept sofort. Die Jüngeren haben Filme wie Matrix oder The 13th Floor gesehen und tun sich deshalb mit solchen Konzepten viel leichter als Ältere, die diese Filme nicht gesehen haben. Diese Filme sind also wunderbar. Sie sind eine Reflexion der virtuellen Realitätskonzepte, die wir in unserer Kultur haben, und diese Filme machen es Menschen leichter, die Struktur der Realität zu verstehen, in der sie leben. Alles in allem also eine wirklich gute Sache. Mir persönlich hat es auf jeden Fall geholfen, denn als ich aufgewacht bin, war der Film Matrix der einzige Bezugspunkt in meinem Leben, um meine Erfahrungen irgendwie erklären zu können. Ich habe mich damals wie in der Matrix gefühlt, und zumindest kannte ich dieses Konzept, selbst wenn es nur ein Film war. Aber dadurch konnte ich zumindest sagen, es fühlt sich so an, wie aus der Matrix auszusteigen. Das hat sehr geholfen. Ja, das hilft wirklich. Im Film Matrix wurden natürlich ein paar Fehler bei der Abbildung unserer Realität gemacht, aber der Film war ja nur erfunden, und er war unterhaltsam. Die Bösen waren im Film die Computer, und so ist es natürlich in Wirklichkeit nicht, oder man musste sich etwas in den Kopf stecken, um in die virtuelle Realität einzusteigen. In Wirklichkeit funktioniert das nur durch Bewusstsein. Der Film war zwar fehlerhaft, wenn man ihn als Abbild unserer Realität betrachtet, aber die Konzepte, die vermittelt wurden, die waren super. Zum Beispiel das Konzept, dass das, was man wahrnimmt, sieht, fühlt und hört, nicht unbedingt der fundamentalen Realität entspricht, sondern dass es sich dabei nur um eine Projektion, beziehungsweise einfach um Information handelt. In Wirklichkeit besteht alles aus Information, und das hat der Film Matrix ganz klar rübergebracht. Das war wirklich ein prima Film. Ich habe alle drei Teile gesehen, und sie haben mir gut gefallen. Den Film The Thirteenth Floor habe ich gerade erst vor ein paar Monaten zum ersten Mal gesehen, und der war auch sehr unterhaltsam.